Der älteste Mann der Welt ist gestorben. Der Japaner Masaso Sonaka wurde 113 Jahre alt. Wie seine Familie mitteilte, entschlief er friedlich im Haus der Familie in seiner Heimatstadt Ashoro auf der Insel Hokkaido. Ihr Zuhause ist eine ebenfalls mehr als 100 Jahre alte Herberge mit heißer Naturquelle, die Nonaka 1 leitete. In der Quelle badete er auch in seinen letzten Lebensjahren gerne einmal in der Woche, so seine Familie. Japan gilt als Land mit der höchsten Lebenserwartung weltweit.